Hello und herzlich willkommen zurück bei Iconoclasts. Wir haben ja einiges hier entdeckt und viele, naja, ich weiß nicht wie ich es nennen soll, Forscher, Wissenschaftler, was Remotivar entdeckt. Und echt creepige Viecher teilweise. Wie das da. Also ich bin wirklich, wirklich schon gespannt, was das hier alles ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gilt trotzdem noch als Gegner. Da bin ich echt mega gespannt. Die Frage ist jetzt, was war da drüben nochmal? Ich habe noch mitbekommen, da kann man... Ach nein, das war das, was... Das ging ja nicht, das hat da ja oben... War verschüttet oder sowas auf die Art, da komme ich nicht durch. Ich mag die Atmosphäre hier. Das ist alles so... so creepy. Oh oh, was kommt jetzt? Du schon wieder. Mächtiges Robin. Was? Was zum... Keine Sorge. Ich bin hier, um dich jetzt zu beschützen. Ich habe meine Loyalität bewiesen, da ich einen meiner Zeitgenossen eliminiert habe. Seine Implantate funktionieren nicht im Wasser. Er sollte dich nicht länger belästigen, Mechanikerin. Hat er mich jetzt wirklich angegriffen? Wollte mich dir retten? Ich weiß nicht genau, was ich von dem halten soll. Aber schön, dass Royal wieder da ist. Ich muss mich noch einmal für den Ungehorsam meiner Untergebenen entschuldigen. Sie kennen ihren Platz nicht. Ich bin fertig mit ihnen. Robin, ich bin froh, dass du lebst. Ähm... Ich sehe dich in der runden Blume, die ich nicht beschwören kann. Du bist das, was mich mein ganzes Leben vermieden hat. Eine Freiheit, die nicht erschaffen wurde, sondern natürlich ist. Eine der Geburt, keine Verpflichtungen. Dein Leben ist reich. Ich habe bemerkt, dass du Blumen bewunderst, wie ich es gewohnt bin zu tun. Wir teilen ein Interesse. Wir zwei können gleich sein. Du wirst mir deine Methoden erläutern. Selbstverständlich. Und ich werde deine Ideale begrüßen. Nimm mich mit dir und wir werden es schaffen, gemeinsam von diesem dunklen Ort zu fliehen. Ich muss sagen, so seltsam er auch ist und vielleicht auch so verräterisch unter Anführungszeichen. Ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich. Wunderbar, wunderbar. Dann lass uns gehen. Ich werde dich an einen sicheren Ort bringen. Ich mag ihn. Ich weiß noch nicht, was wir von dem Typen da unten halten sollen. Der wirklich böse ist? Ich meine, er hat uns angegriffen, aber er hat uns auch vor Schwarz gerettet. Oho, Junge. Das wird ein Spaß. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Der Wind ist der Wahnsinn. Müssen wir höher? Müssen wir tiefer? Ich habe keine Ahnung. Das sieht nicht so gut aus. Hehe. Hä? Ach du Schande. Ähm, ich hatte gehofft, dass er uns hilft. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das passiert. Ganz ehrlich. Hehehe. Hehehe. Hey, das Schiff kennen wir. Hehehe. 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 Macht aber fast den Eindruck, als muss ich hier weiter, oder? Sicherheitshalber nochmal ganz nach unten gehen. Hehehe. 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 Aber das Schiff kennen wir. Hehehe. Der taucht auch überall auf. Hehehe. Wie ist der nur auf den Berg hier gekommen? Aber mehr ist hier gar nicht. Yeah. Improvium. Nein, hier scheint auch sonst nichts zu sein. Na gut, dann geht's für uns höher nach oben. Auf, auf, zum Gipfel. Vielleicht kommen wir von da aus irgendwie weiter. Ist das die Sonne da im Hintergrund? Wir müssen das Boot noch irgendwie wegbekommen. Schiff, was auch immer. Ach du verdammtes Ding. Besser. Genügt ja schon. Wir müssen nur durch. Jetzt nicht wieder runterfallen. Ich seh's jetzt erst. Das Bild von Royal. Hehehe. Es sieht etwas high aus. Als wir auf irgendeinem... Ja. Als wir auf irgendeinem Kaffeetrip... Trifft's das? Zinaida. Hallo, hallo, hallo. Ich bin Zinaida, deine örtliche Glücksforscherin. Glücksforscherin? Du bist auch eine Mechanikerin, nehme ich an. Schöne Jackenfarbe-Freundin. Also du läufst und hüpfst herum, aber dann... Donnerwetter werden einige von euch Feldleuten mirrisch für ein paar Tage. Aber deshalb existiere ich. Menschen essen gerne Dinge und ich werde alle Pflanzen und Kreaturen für den besten Wohnkonzern Muntermacher erforschen. Eine gute Pille oder vielleicht etwas Fülle nimmt die Traurigkeit auf die Schnelle. Denke weniger nach, lächle mehr. Hahaha. Nun, nun, nun. Was du für mich tun sollst, ist einen mürrischen Freund zu finden und ihm die Zinaida-Spezialität zu geben. Der Schlag der Freunde. Hahaha. Mein Zuckermuffin, der dafür berühmt ist, diese dummen Gedanken zu stoppen. Hm. Hahaha. Der Schlag der Freude gefällt mir. Die Tür nicht betreten oder öffnen. Ups. Diese Anlage wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen, aufgrund einer großen Todesrisikos beim Betreten. Unerlaubtes Betreten wird bestraft, unabhängig von einem Stadt-1-Wohnsitz. Wunderbar, gleich mal speichern. Ähm. Ich will mich aber trotzdem noch draußen umsinn, denke ich. Haha. Dies klasse. Ah. Okay. Hat sich erledigt. Ah, das große Todesrisiko. Ich verstehe. Wo schwimmen wir als erstes hin? Da. Ah, das ganze Ding ist geschwemmt worden. Ja, ja. Dann verstehe ich das Todesrisiko bei dem Ganzen. Code Red Protokoll. Zerstöre jede Aufzeichnung von Betrieb und Montage und zerstöre oder entferne alle Teile der Ausrüstung, die für die Basisfunktion notwendig sind. Wenn es sein Wille ist, wird die Eindämmung sofort stattfinden. In diesem Fall dankt Vater dir für deine Dienste und wird persönlich für dich beten. Ja, klasse. Das heißt, die sind hier eingeschlossen worden und deswegen gestorben. Was zur Hölle ist das? B-Barbaren? Das ist die schrecklichste Tragödie, die ich jemals mit ansehen musste. Dieses Schiff der Göttlichkeit. Das Portal zwischen Geistern und Menschen. Du kannst sie nicht zerstören. Soll er der Sternenwurm selbst denjenigen verbrennen, der das getan hat? Äh. Robin? Du bist wahrscheinlich nicht dazu in der Lage, die Katastrophe vor dir zu verstehen. Das ist richtig, ja. Das ist ein Transzender. Sie sind die schönsten und göttlichsten Objekte, die uns gegeben werden. Das ist ein göttlicher Mutterleib. Einen von ihnen zu zerstören, ist wie das Ermorden eines Elternteils. Nur die glücklichen Jungen auf dieser Welt bestehen die Prüfung und erhalten den Segen dort drinnen zu ruhen. Was passiert mit denen? Es ist ein Bad in reinstem Elfenbein, das Monate dauert, aber nur für diejenigen ist, die stark genug sind. Oh, das klingt gefährlich. Wenn du nicht stark genug bist, verzehrt das Elfenbein deinen Körper und du wirst sterben, aber deine Seele schreitet hinüber in das Jenseits, um dort die Elite unter den Geistern zu sein. Diejenigen, die im physischen Reich bleiben, sind dazu bestimmt, die göttlichen Doktrinen voranzubringen und die Fehler auf der Welt zu berichtigen, die Agenten. Manchmal wird der nächste Anführer der Menschen, das Medium, das für die Menschen zu ihm, dem Allmächtigen spricht, gewählt. Oh, das ist sowas wie Royal ist? Dies sind außergewöhnliche Menschen, die eins mit dem Elfenbein werden, vollständig und die Macht erhalten, sogar den Planeten selbst zu kontrollieren. Das bin ich. Ich soll die ganze Menschheit nach dem dunklen Tag, an dem Mutter die physische Welt verlassen hat, anführen und meine Macht ist bereits vollständig entwickelt. Aber es gibt auch einen anderen Ausgang. Manche Menschen verschmelzen mit dem Elfenbein, aber werden nicht für den gleichen Zweck ausgewählt, da sie nicht fehlerlos fusionieren. Das sind die Agenten. Sie sind die göttlichen Wächter, die den Glauben der Menschen schützen, den sie erweisen sich als stark und fast so undurchdringlich wie Mutter oder ich. Er, der Allmächtige, segnet auch diese Wächter, indem er das Elfenbein an den Teilen, die für Größeres bestimmt sind, ablöst und er lässt die Personen bei uns. Also sowas wie schwarz. Äh. Sie sind unsere Krieger, die Hüter von Recht und Ordnung. Ohne Arme? Ihr Elfenbeinblut umschließt unsere göttliche Technologie. Technologie, die er uns gegeben hat, die ein normaler Körper zurückweisen würde. Oh. Durch den Segen dieser Macht werden sie die Menschen von Lesterern beschützen. Lesterern. Und ihre Göttlichkeit wird für viele Tage gefeiert werden, denn sie werden für hunderte von Jahren leben, wie ihre Mütter und Väter. Es ist ein wundervolles Geschenk, dass nur ein paar Auserwählten gegeben wird. Diese Hallen sind die von Magie und Wunder, Robin. Nein. Ist das nicht schön? Äh. Nein? Du kannst einfach nicht alles verstehen. Das ist in Ordnung. Ich hoffe, die Knochen sind von denjenigen, die diesen Transzender zerstört haben. So entstehen die also. Interessant. Ja, das ist interessant. Die entstehen also so. Ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt bringt, aber ich wollte das einfach machen. Ist da drüben eigentlich ein Schuss? Nein. Ah, nicht. Oh. Hallo. Du bist ja ein ganz besonderer Schlauberger. Hier. 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 Komm her. Perfekt. Perfekt. Dankeschön. Meins. Was auch immer das für Viecher sind, meint ihr die entstehen auch so aus Elfenbein? Ja, wer bist denn du? Der Berg macht mir Angst. Wo ist Polar? Wer ist Polar? Wer ist Polar? Sprich mit mir, Junge. Ja, da unten haben wir noch nicht alles erkundet. Ah, da unten haben wir noch nicht alles erkundet. Natürlich genau reingeschwungen. Hm. Ich kann unter Wasser nicht schießen. Das heißt, das Wasser wird irgendwie abgelassen. Hm. Ah, hier ist es wieder stockdunkel. Ah ja. Ich weiß, wo wir sind. Aber ich kann hier nichts machen. Ich kann auch nicht wechseln, glaube ich. Nee. Nee, ich kann auch nicht auf Royal wechseln, also ich sage, das versuche ich. Okay. Dann komme ich hier vorerst nicht weiter. Mal sehen, was noch so passiert. Und wann wir endlich Elrond Mina wiederfinden. Oh, hier sind wir. Okay. Das heißt, ich kann eh nur hier zurückschwimmen. Das heißt, der trifft mich immer. So Wunderbar Das war ja sehr interessant heute Aber ja Leider war es das schon wieder für die Folge Aber wie gesagt Sehr interessant finde ich Wir haben da einiges erfahren Und Royal haben wir auch wieder Wenigstens jemanden Und ja Ich bin sehr sehr gespannt wie das weiter geht Ich hoffe ihr auch Und ihr hattet Spaß Bis zur nächsten Folge Ciao ciao